Grüß euch, ich bin's wieder, der Bauernsepp. Und heute zeig ich euch einmal meine neueste Entwicklung. Schaut her, ich hab meinen Traktor ein bissl diund und ich hab das richtige Läuernloch heute. Schauen wir uns das einmal an, ich zeig euch einmal alles, was ich da gemacht hab. Eins, müsst ihr wissen, mein Großvater, der war im Krieg so ein Buur und der hat ein bissl da mit den Raketen umgegangen gespielt, wisst ihr? Seitdem haben nämlich dann ein paar Raketen nimmer getroffen, weil die Triebwerke hat nämlich er gehabt. Und eins hab ich noch am Boden gehabt. Das ist mir übergeblieben, das hab ich jetzt am Traktor aufgebaut. Ja, was braucht man alles? Man braucht ein Traumtriebwerk und zum Bremsen einen Bremsfallschirm. Dann noch ein paar zusätzliche Instrumente zum starten, zünden und Bremsfallschirm und aus geht's. Die Triebwerke Die Triebwerke Das war's. Ich hab's überlebt. Wenn ihr noch ein paar andere Praxistipps sehen wollt, dann schaut euch die anderen auch noch an. und abonniert meinen kanal damit freuen bis zum nächsten mal